Hallo und herzlich willkommen in meiner Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen das Lied vom Pfeiffer Tim aus Irland und der Pfeiffer ist ein Flötenspieler. Und wenn ihr mitspielen möchtet, drückt euch die Noten aus und kommt her ans Klavier. Für den Pfeiffer Tim benötigen wir in der linken Hand zwei Akkorde. Das ist der D-Akkord, D-Fis-A mit dem Finger 5-3-1. Im dritten Takt benötigen wir den A7. Da geht der kleine Finger runter zur schwarzen Taste. Ich spiele den zweiten statt den dritten und der Daumen bleibt auf dem A. Sis-B-A und zusammen und nochmal den D-Akkord. Kleiner Finger rutscht runter. D-Fis-A und nochmal den A7. 5-2-1 und den D-Akkord. Außerdem benötigt ihr in der dritten Seile noch D-A eine Oktave tiefer. Das wird gespielt von Takt 9 bis 14. Ich spiele die Melodie, ihr spielt die Akkorde von oben. Ihr spielt 1-2-3-4, 1-2-3-4, A7-2-3-4, A7-2-3 und Takt 5. Takt 7 und Takt 8. Bis dahin, ich spiele die Rechte, ihr spielt nur die Linke. A7-2, 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 D-A7-2 und D-Akkord. Drückt auf Pause und spielt die Akkorde 3-5 mal für euch durch. In der dritten Zeile spielt dann die linke Hand das tiefe D und das A. Takt 9, 2, 3, 4, Takt 10, Takt 11, Takt 12, letzte Zeile. Takt 15, wir gehen hoch und spielen wieder den D-Akkord und es endet mit dem D-Akkord. Ich spiele die Melodie, ihr spielt von vorne die Akkorde. 1, 2, 3, 4, D, A7, D, D, A7 und D. Jetzt gehe ich runter zu D, A. Gut gemacht! Wir lernen jetzt die Melodie in der rechten Hand. Am Anfang liegt der Daumen auf dem D1. Ich spiele D, Fis, D, Fis. E, Fis, E, D. Takt 1 und 2 mit Finger. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 3, 2, 1. Ich spiele weiter. Takt 3, der zweite Finger geht rüber zum Cis. E, Cis, Cis, E, Fis, E, D, C. Ich spiele gleich weiter in Takt 5, da es sich wiederholt. Daumen geht wieder aufs D, Fis, 1, 3, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1. 1, drüber. 2, 1, 3, 1, 1. Noch bald Takt 7 und 8. Der vierte Finger liegt auf dem G. D, 4, 3, 2, 1. Zweite aufs Cis, erster zurück aufs D, zweite auf E, dritte auf Fis, D, D. Wir spielen von vorne die rechte Hand bis Takt 8. Und 1, 3, 4, 3, 2, 1. Daumen auf D, vierte auf G, drüber auf Cis und zurück zum Daumen. Wir spielen weiter in Takt 9. Der kleine Finger geht zum D, 2. D, Cis, A, A, G. Ich gehe mit dem dritten drüber aufs Fis. Nochmal Takt 9 und 10. 5, 4, 3, 2, 1. Dritter geht drüber. 3, 4, 5. Takt 11 und 12. Wieder D. Und jetzt dritter geht auf Fis, 5, 2. Takt 13 ist fast genauso. Ich gehe wieder auf D, 2. Dritter Finger auf Fis. Und die letzten zwei Takte. Ich gehe mit dem Daumen auf das A. A, H, C, S, D, E, Fis, D, D. Nochmal Takt 15 und 16. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1. Wir spielen von vorne, wir spielen die Melodie. Ich spiele die Akkorde leise mit. Ich spiele beide Hände. Wir spielen im Zeitlupentempo das ganze Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die rechte geht drauf und die linke runter zu D. Wechsel auf den Daumen. Das war der Pfeiffer Tim aus Irland. Ich hoffe, es macht dir Freude, dieses irische Kinderlied zu spielen. Und ich wünsche dir Happy Playing und sage für heute Tschüss. Bis zur nächsten Musikstunde.